Sieben Weinpreis-Leistungskiller. Weine, wo ihr weniger bezahlt, als ihr geschmacklich und qualitativ bekommt. Und zwar mit dem Weindorn Ralf Renzel. Was haben wir jetzt? Wir haben hier den überraschendsten und besten Supermarktwein, den ich kenne. Aus dem Supermarkt? Aus dem Supermarkt. Überall zu finden. Aber eigentlich gehört er eigentlich nur in den grobenen Fachhandel. Eigentlich gehört er in die Spitzengastronomie. Das Wichtige ist bei dem Wein, dass man ihn kühler temperiert, nämlich etwa um 15 Grad, damit er nicht zu warm ist. Und wenn man diesen Wein in dieser Temperatur auch früher noch öffnet, ist das eine Preis-Leistung, die ich aus der Rotweinwelt selten kenne, wo ich sage, fantastisch, dass es sowas gibt. Was kostet der Schinken? Bis zu 15 Euro. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist zwar Geld, aber es ist Preis-Leistung viel, viel zu günstig. Flasche sieht nicht so geil aus, aber ist egal, packt den in eine Karaffe. Also, krass. Krass.